Harry is the Electro Rammstein-Fan In his caravan, it's the future man Ja, hab ich! Oh, ich bin gut. Glaube, Delta. Er lebt in uns und doch auch jenseits von uns. Daniel fehlte her. Oh, fuck, geh raus, das Zoom. Der Gläubige stirbt nicht durch euch. Spring, spring noch, spring noch, spring noch! Oh, mein Gott. Wo ist denn der jetzt? Ich hab Angst. Hä? Ach, ich geh einfach mal hoch. Der Electro da oben eben muss sein. Oh, fuck. Okay. Ich kann das auch. Das? Kann ich auch. Ja! Wow! Oh, mein schöner Geschütztor. Ich kann deinen auch kaputt machen. Wie gefällt dir das? Jetzt hab ich dich über im Arsch mit. Jetzt hab ich dich. Okay. Nein. Bist du, bist du, da bist du. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Fuck. Ich werde dich wohl doch nieder machen können. Ich hab doch volle Munition und alles gehabt. Immer noch. Äh, äh, scheiß noch. Äh, komm. Jetzt ist das hilft mir nicht weiter. Ich bin ja viel besser als der jetzt. Oh, shit. Leute, ich bin gerade am Arsch. Und natürlich hat er keinen Verbandskasten gehabt. Äh. Mist! Ich brauche irgendwas zum Eilen. Das ist jetzt kein Witz. Das ist jetzt Realität. Das ist jetzt ernst gemeint. Ich brauche jetzt irgendwas zum Eilen. Das ist aber ganz dringend. Äh. Fuck. Oh mein Gott, gebt mir irgendwas. Gebt mir doch irgendwas zum Eilen. Ey, irgendein Verbandskast, irgendeinen Scheiß. Ja, cool. Oh. Oh mein Gott. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh, so eine Scheiße, ey. Wieso zieht der Pisser mir so verdammt viel ab? Äh, man. Da oben war doch bestimmt noch irgendwo, oder? Irgendetwas. Oh, Mist. Oh nein. Ich hätte... Was ist denn das schon wieder? Ich bin so dumm. Ich hätte Ionischen Schwul verwenden sollen können müssen. Deaden, Haden, Deaden, Huden. Warten, Dicken. Scheiße. Oh, vergiss es. Vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Den werde ich noch nicht plündern. Vergiss es. Mann, ich habe nicht vergessen. Vergiss nicht die Hälfte. Ey, ich bin echt schlimm. Äh, okay. Äh, da geht's. Äh. Ich taue dir nicht. Okay, das sieht nicht so vorhin nicht aus, was ich gerade gemacht habe. Äh, ich will mein Speer wieder. Mädel, ich will mein Speer wieder. Mädel! Oh, du blöde Kuh, ey. Geh ich die Kissen irgendwie weg? Oh, Mann, du bist dumm. Ach, Mann. Ich hasse solche Frauen. Frauen, ihr Kitt. Äh, äh, was hat er da? Ah, sorry. Cool, dann schaue ich das mal ruhig, mal ruhig. Dir traue ich auch nicht. Habe ich jetzt auf die... Äh, okay. Ey, wenn ich meine Speer wiederbekommen würde, hey, das wäre richtig cool von euch. Aber nein. Auto-Hack-File. Geil. Ups, da ist eine Spritze im Arm. Höh, goldener Schuss. Ups, oh Mann. Höh, höh, höh. Was ist das für eine hässliche Drecks-Coolung? Hallo? Höh, das bringt mehr Spaß für uns beide. Ich sagte ihm, ich mach's nicht aus Spaß, sondern wegen der Kohle. Außerdem hätte Danny einen Anfall gekriegt. Guck mal, wer da ist. Er selbst tut's natürlich schon. Aber was für den einen okay ist, ist für den anderen noch lange nicht okay. Hier, im Drop. Mal gucken, wo ich dir wischte. Voll am Herz. Oh, das hat weh getan. Meine. Meine ist, meine Herr. Mein Lieb. Schwer. Äh, wenn ich den Verband-Automaten dahin schrotte, krieg ich dann noch den Verbandskasten. Spur. Guck mal. Ach, der ist geschrotet. Äh, okay. Schon wieder eine SMS. Oh, leck mich doch, ey. Du bist ein Arschloch, Christian. Toll. Der hat mir um 4 Uhr geschrieben, dass du bist soffen ist. Mein herzlichsten Glückwunsch. Äh. Wo ist mein... Plasmid? Wollte ich mal sagen. Ah, nee, Alter. Speere, wieso übersehe ich dich? Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Äh, ich brauche viel... Ah, cool, eine G-Mann. Genau, das habe ich gar nicht gebraucht. Ja, damit... Okay, ähm, und zwar, ähm, 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 ähm. Du ich das hier wieder weg. Und... Ja, 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 das hier. Und nehmen dafür... Den Winterblast. Habe ich vorhin geguckt, in meinen Let's Plays. Das war scheinbar ein Fehler. Weil ich dieses blöde, äh, äh, Anlassding sowieso in die Einsatzung habe. Oh, ein Glück. Ah, du Arschloch, das muss ja sein, ne? Ah, du Pisser. Ja, das soll auch so sein. Es bleibt doch so. Bis du tot bist. Das ist nämlich wieder meine Speere. Dann bin ich glücklich, weil du tot bist. Oh, Mann, oh, Mann. Weil ich sowieso komme. Oh, Energie. Ich kämpfe doch. Ist doch unfair, aber ich kämpfe. So, meine Speere, bitte. Danke. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Alle meine Speere. Cool. Vielen herzlichen. Ähm, noch irgendwo Speere? Nein. Cool. Ey, finde ich cool. Aber ich habe trotzdem noch sehr wenig Energie im Moment. Ähm, jetzt, äh... Und, äh... Und, äh... Und, äh... Und, äh... Vielen Dank.